Ey, hier ist richtig gut, wo wir stehen. Ja, Mann. Oh, da ist so ein Typ mit Feuer. Ja, ja, ich geh da glatt mal hin und hol mir den mal mit meiner... Ha, lol, daneben geschossen. Mit meinem Granatenwerfer. Jetzt kann man immer noch die ganz normale Handfeuerwaffe benutzen. Rotz und weg, oh nein, mitten im Nachladen, wie traurig. Das ist eine Empfehlung, verstehst du? Und jetzt hat er nicht mal fertig nachgelandet. Puch Trauer, ey. Standard-Mops sind halt... Warte, wo kam er denn her, Alter? Da ist grad aus dem Fetten so ein Messerspastik gespawnt. Ich glaube, der war schwanger. What? What? Deswegen sind die so fett. Ist euch mal aufgefallen, dass die Typen mit den Schwertern so ein bisschen aussehen wie dieser Riesen-Titan aus Attack on Titan? Wie der Titan aus Attack on Titan? So, aber alle, die keine Haut hat und größer ist als du, sieht erst mal so aus. So, stopp. Letzter, letzter, letzter. Erst zum Markt gehen. Wo ist denn der? Ach, hier bei uns, am Anfang. Ja gut, dann chillt eure Basis. Der Markt ist echt ganz schön weit weg von mir aus. Ich will dein Leben. Hier ist er, ich hab ihn gefunden. Der ist... Durch den Tunnel mit dem Feuerwehrauto durch. Was nimmst du für Schmerzmittel, dass du davon einschläfst? Die richtig fiesen, oder was? Hashtag schwangere Zombies, ja. Prego... Prego Zombies, ne. Die Badmoms, ja. Aber wir brauchen noch irgendwas cooles, wie wir die... Sind wir da? Okay, dann können wir den jetzt von mir aus holen. Jaaa... Wo ist er denn? Wo ist jetzt dieser... Wo ist er denn? Fischkopf, wie cool bist du eigentlich? Sau cool. Guck mich an. Du bist doch nicht Horatio, sondern echt Horatio. Cool City. Horatius. Aber... Der wird wohl scheiße. Wo ist denn jetzt eigentlich der letzte Zomboy? Wir können doch hier nicht rumchillen und keiner kümmert sich um ihn. Wir sind jetzt alle hier und keiner... Also ich lauf mal rum und such ihn, aber es wäre schön, wenn ihr den nicht tötet. Oder mir Bescheid sagt, wenn er bei euch ist, bevor ihr ihn tötet. Man sagt mir so Bescheid, bevor ich ihn kille. Ist das wie COD Zombies, ne, eigentlich? Eigentlich genauso. War ich mit den Zombies? So... Wie COD Zombies. Letzten überleben lassen und dann... Genau, naja, wie halt jedes... Also ich bin jetzt maximal weit weg von... von dem Shop... Ich auch. Also ich bin wirklich genau auf der anderen Seite von der Brücke. Wäre echt geil, wenn ihn jetzt keiner... Hi Flo. Hi. Aber irgendwann muss man ihn doch töten. Ja, Alter, wie langsam man läuft. Diese Laufanimation sieht so krass schnell aus. Und das ist so... Wie den Running Man. Ich stehe auf der Stelle. Laufen ist eigentlich genauso schnell wie nicht laufen. Oh, der ist bestimmt hier irgendwo in so einer Wand festgeglitscht oder so. Oh, das wäre so assi. Und das ist ja jetzt schon das zweite Mal bei der ersten Runde... Strictly, hier wurde der Kiefer ausgeschnitten. Aber du meinst aufgeschnitten und nicht ausgeschnitten, oder? Nö. Muss morgen wieder hin, Runde 2. Na dann aber schlafen, Kraft sammeln, weiterschneiden. Easy. Weiterschneiden lassen, Frodo, ja. Na dann, nein, nein, schön. ... Das passt richtig gut, wenn man auf andere Musik hört! Wo ist der letzte Zombie, verdammte Scheiße, wo ist der letzte Zombie jetzt? Geil. Ich glaube, ich werde mein Mikrofon demnächst mal so pegeln, dass ich vielleicht auch lauter Gitarre spielen kann. Vielleicht spielt hier auch einer nur tot. Ich sollte alle einmal Zermetze mitnehmen. Ja genau, Sadistenschwein, ey. Probier einfach mal, das ist voll behindert. Guckt mal in die Ecken. Wo würdet ihr denn euren Schlüssel suchen, wenn ihr den verloren hättet? In der Hosentasche. Dann guckt doch jetzt mal alle in eure Hosentasche. Okay. Ist nix. Leider ist... In der Kirche ist er auch nicht. Du bist jetzt der Einzige, der jetzt hier am Automaten stehen geblieben ist. Geil. Such jetzt mit. Das heißt, hier Rennen sieht so dämlich aus in den Games. Flo hinter dir. Hier ist er, hier ist er. Habt ihr ihn? Ja, dann alle zum Shop. Alle zum Shop. Oh, Snappy 8, bitte jetzt. Keine Panikattacke und den... Also, weg jetzt schon höre. Ja, ja, der hat ihn da. Der schießt auch nicht. Ausrufzeichen Hackfisch, der Typ ist geil. Ja, den kann man leider noch nicht hacken. So, ihr könnt von mir aus jetzt wegmachen. Ich bin da, I don't give a shit. Hey, kurze Frage, Dude. Vorhin nach dem, äh, hier, Logo, irgendeine Vorlage für euer Logo gefragt. Weil irgendeinem Chat... Alter, Fairbanks, hast du dich echt von dem anschießen lassen gerade? Ja, irgendwer im Chat sagt hier, dass ich dir sagen soll, dass er dir ein Logo machen könnte oder so ein Vorlage für das. Ich weiß noch nix. Ich weiß noch nix. So, M9, Granatenwerfer. Scheiße, ich hab nicht genug Geld dafür. Kackige. Ich spare Geld. Ach, ihr habt in irgendeinem Video behauptet, dass ihr geile Deko braucht für euer Studio. Ach so. Ach so. Hey, warte mal, die gibt's. Das wird irgendwann fehlen. So, hier, äh, Solo teilt die Teams wieder auf. Na, wir gehen wieder, wir gehen wieder zurück an die gleiche Stelle. Wie, echt? Ja, die ist am besten. Wir können auch hier stehen bleiben, aber da kommen sie dann halt von beiden Seiten und wenn wir mal eingekesselt sind, haben wir ein Problem. An der Ecke da hinten kommen sie nur von zwei Seiten und wir haben immer noch so ein ganz kleines bisschen Rücklaufweg. Da hinten haben wir drei Seiten gehabt, änderst du dich? Ja, ja, aber da kamen sie nicht von der einen Seite, weil wenn sie von da gekommen wären, dann... Weißt du, dann wären sie von da gekommen. Okay, dann gehen wir zu der Stelle, wo wir drei Seiten haben. Meine Olle ist eine Französin, die labert die ganze Zeit französisch. Das ist nicht deine Olle, das ist die, das ist die Tose hier, die die Map unter Kontrolle hat und die die Shops immer aufmacht. So, Fischkopf, genau, bleib mal stehen. Also wir machen wieder, wir machen wieder zwei Gruppenteams. Wer will auf die Kirche gucken? Flo, Fischkopf und Fairbanks und Snappy und ich. Warte mal, einer fehlt noch. Aber das ist die dritte Wave, ja, also es kann sein, dass die jetzt auch zunächst dann von... Oder Fairbanks, dann bleibst du bei uns, genau. Also Snappy, Fairbanks und ich kümmern uns hier um den Turm, äh, um den Quatsch, um den Tunnel. Hey Boys! Wir können auch ein Stück nach vorne laufen übrigens, wir drei, ne? Weil dann müssen wir sie nicht so nah ran kommen lassen. Aber die kommen auch links aus dem... äh... Achso, na gut, dann nicht zu weit nach vorne laufen lassen. Aber es ist halt doof, wenn wir sie so nah ran kommen, weil dann können wir so, wenn sie uns überrennen... Wieso dürfen wir hier schon schießen? Auch immer ab und zu mal nach hinten gucken, ne? Oh, na dann! Oh, sie haben bei dem Spiel auch was geil gemacht. Wenn du zwei Waffen hast, da du ja kein Fadenkreuz hast, zielt er jetzt mit der einen und von der anderen, da schießt er so aus der Hüfte. Ja. Ja. Das ist richtig gut geregelt. Ja, du bist trotzdem saugenau. Ups! Oh, lol, was war das denn? Das ging nicht so weit, wie ich dachte, dass es gehen sollte. Oh, krass! Unsichtbare! Lol! Äh, ich mein, Blinde! Ah ja! Granate in die Gruppe! Oh, schön! Gut angesagt! Sehr gut angesagt! Das, das lobe ich mir! Mehr davon! Das hatte gerade ein bisschen das wie der Soldat James Ryan. Haha, was? So, aber hier links aus dem Haus kommt doch gar keiner. Das ist doch jetzt voll easy peasy bis jetzt noch. Oh, die Headshots! Ja, ja! Die Headshots! Sie kommen! Vorsicht, der hat auch ein Schwer! Ach, scheiße! Boah, ich seh überhaupt nichts, wenn du hier so am rumflamern bist! Das ist ja super nett! Vorsicht, von links kommt einer noch ein Schwer! Da hinten kommt so ne... Ja, ich seh ihn, ich seh ihn! Da hinten kommt so ne Emily! Die ist so unsichtbarer! Was machen die? Also ich weiß, was die machen, aber wie geht man dagegen an? Äh... Im Kopfschießen! Sie lässt mit das Schießen! Granate! Oh, die war schlecht! Unsichtbare ist noch am Start, oder? Ne, ne, ich hab sie schon gefüllt! Okay, dann schön wieder nach vorne! Oh, Messermann! Boah, unsichtbare Fotze! Hast du gerade... Sie hat grad tatsächlich unsichtbar gesagt, ja! Blinde Fotze! Man, jetzt platz doch mal der Kopf bitte hier! Ist ja wohl... Nee, dein Ernst! So, warte mal kurz hier! Einmal mit der... Alter! Oh, bin ich auf! Alter, MLG! So, jetzt ist... Äh... Ich werf mal ne Grenunz! Es ist so E-Sports gerade hier! Unglaublich! Haha! So... CS 1-6 grad! Und ihr kommt auf eurer Lane? Ja, ja! Ach du, Granate... Nee, Granate nicht! Komm! Stimmt! Ich muss viel öfter mit dem Scheiß... Jetzt nicht! Pass auf, pass auf! Guck mal, was ich jetzt mache hier! Guck mal, guck mal! Jetzt kommt's! Bäm! Kopf weg! Nice! Oh, schön! Schön in der Slow-Bo! Zwei Headshots hintereinander! Oh, ist das schön! Dafür trifft der drin nicht! Also Slow-Bo und Multiplayer-Titeln... Zum Glück sind die Slow-Bo und Multiplayer... Ich find das hier saulustig echt! Oh, da hinten kommt einer mit ner Knarre! Geht's nur noch gut, Brodo? Ja! Bei uns ist es KIA hier, Leute! Hier bei uns... Das sieht auf dem Boden grad so ein bisschen aus wie nach Mardi Gras! Der Shop ist diesmal in der Kirche drin! So, der Typ hat keinen Kopf mehr! Es sind noch sechs! Ja, noch drei! Alles noch... Hier fünf! Loll! Hä? Fünf! Ja, dann geh ich... Ah, hier ist... Spinni! Spinni! Ja! So, das war der! Hallo? Ja! Guck mal hier, komm mit! Ich muss noch was zeigen, ich hab da was entdeckt! Oh, was hat er entdeckt? Alle hinterher! Alle gucken! Alle hinterher! Ich bin da hinterher! Oh, yeah! Oh, ja! Lass mich raus, lass mich raus! Dreamdancer! Yeah! Geil, ne? Was gibt's das? Oh, yeah! Oh, ja! Ist das jetzt mit mir da oder ist es gewollt? Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Jetzt schreibe ich mich nicht an, nur weil ich dick bin! Meine Fresse, jedes Mal das Gleiche! Er kann doch nichts dafür, dass er wegen Schwanz geformt ist! Verstehst du wie ein Krieg sein? Achso, das sind ja noch vier Gegner, lol. Wo sind die? Oh, das Licht! Guck mal, die Lichteffekte hier! Nee, das ist doch Unreal 5, was die hier haben. Wow! So, da hinten ist noch ein Spinner, kommt auf mich zu. Was ist denn das für eine unglaublich beschissene Map? Das Ding ist, wenn die dich nicht sehen, kommen die auch nicht zu dir, ne? Du musst echt die Agro ziehen. Du musst dir aufteilen und Bescheid sagen, wenn ihr sie seht. Ja, ich hab grad immer schon einen geholt. Drei noch. Die Muck ist nice. Ja. Oh, yeah. Schuli Jonny 5! Schuli Jonny, ey! Hallöchen! Sind das Peugeots? Ey, Leute, hier sind ja Peugeots! Oh Gott! Ich hab' mir verjuckt. Ja, du sprichst ja auch die ganze Zeit Französisch. Na und? Als ob die in Frank-Anau und die essen den ganzen Tapaghet und fahren alle Peugeots. Ich hab' einen! Ich hab' einen! Super, jetzt ist auch noch alles noch langsamer, großartig! Ja, jetzt schrei' mich noch mehr an, weil ich dick bin! Das tut mir auch irgendwo weh! Ja, du bist langsam! Das hängt eventuell damit zusammen, dass du dick bist, aber... Da hinten ist noch einer! Ja, in den Kopf! Ne, zwei sind's noch! Ne! Da waren ja grad eben nur noch drei, also wenn du's holst... Jetzt sind's noch zwei! Guck doch mal nach oben! Ja, ja, aber wenn er jetzt den da hinten... Hä? Hast du den grad eben schon geholt? Ja, der läuft noch ohne Kopf! Jetzt ist noch einer! Ah, ich wollt' jetzt sagen! So, also bitte nicht einfach erschießen! Ey, cool, die kann man noch so'n bisschen tanzen lassen! Wer, wie, wie, was? Es macht doch andere Geräusche, wenn du den aufs Schwert schießt! Was? Wenn du den aufs Schwert schießt... ...macht's andere Geräusche, als wenn du den in den Fuß schießt! Oh, shit! Ich hab ihm das Bein abgeschossen! Oh, fuck! Das tut mir lauf! Okay, also alle zum, alle zum Shop! Kommt der! Naja, irgendwer hat doch irgendwen grad den Bein abgeschossen, oder nicht? Ja, ich hab den toten Gegendart Bein abgeschossen! Ach so! Oh, man! Wie viel Geld habt ihr eigentlich alle so? Oh, das kann doch nicht sein, Alter! Ich hab 885 Arme starren, wa? 3 Euro! Das wird aber nicht so! Ich geb auch jemandem was ab gerne! Wer, wer möchte? Hier! YouTube-Buddy! Zack! Einfach B gedrückt! Was passiert, wenn ich Snappy in Kupf-Sheets eigentlich? Warte, im Ernst! Ey, wie unendlich kacke ist das denn gemacht! Das ist sehr scheiße! Das regt mich so unendlich auf! Ich möchte mich umbringen zum Untoten werden und die Runde weiterbringen! Oh, yes! Oh, yes! Ja, gut! Dann mach ich so lange einfach den hier! Heute Abend ist Musikrunde! Geil! Nein, man, Alter! Du machst nicht irgendwas! Du suchst den scheiß Gegner! Hast hier keine Konsolen-Befehle? Das ist ja unfassbar! Warum ist das denn so krass? Kacke! Wo ist nur der Zombie? Wo ist dieser Zombie? Wo ist dieser Zombie? Wo ist dieser Zombie? Ist ja nichts! Ich spiele jetzt einfach nur noch den Terminator-Soundtrack. Ey, ohne Scheiß, hier ist nix. Das ist unendlich behindert. Ich war überall, überall. Hm, wo würde ich denn sein, wenn ich ein Zombie wäre? Da oben vielleicht. In deiner Hosentasche. In deiner Hose! Scheiße, verglitscht lieber, dass so ein beschissenen Early Access-Game ist. Ich weiß nicht, warum alle gesagt haben, wir sollen das spielen. Alle sind ein Arsch. Weißt du, Flo? Ich mein Zen, Flo Zen. Oh, 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 seid mal alle leise, seid mal alle leise. Ich höre einen Zombie. Was hast du gesagt? Kommt mal alle zu mir, ich höre von rechts einen Zombie. Wer bist du? Ich bin hier hinten. Der ist Corel. Flo Zen, schaffst du dich vielleicht noch deinen In-Game-Chat auszumachen, mit dem du die Annahme auf dem Öl schimpf und so? Einfach, dass das nicht die ganze Zeit immer aufploppt? Ich stell dich mal hier hin und seid mal leise. Ich hab's halt schon aufgemacht, ne? Ne, hast du nicht. Da hast du dich. Na, der Haken ist aber drauf. Hast du auch das andere runtergerillt? Hast du auch das andere runtergerillt? Hört ihr das? In deiner Hose Teil 3, oh, Leute. Also in deiner Hose zieht ihr nur darauf ab. Das üben wir noch. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Hier, ich höre es genau hier. Wo ist denn welcher bist du von den ganzen Hesslerns hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.